Moin Leute, heute schauen wir uns den Schurken an, welcher Build ist aktuell der stärkste, welche Runen performen am besten und was müsst ihr machen, um höchstmöglichen DPS zu verursachen. Wir fangen erstmal an mit der Skillung und dann gehen wir auf die Runen ein und dann schauen wir uns die Waffen an, was ist wichtig mit den Waffen, was müsst ihr da machen mit den Waffen, welches Gift und sowas und danach schauen wir uns auch die Rotation an. Und das ist jetzt im Endeffekt die Skillung hier, eine 30-21, ihr geht hier komplett runter, nehmt 4 Punkte mit bei Schicksalbesiegel und den Rest haut ihr dann in den Kampf, der letzte Punkt, den nehmt ihr dann hier mit Klingelwirbel mit. Das ist die Skillung sozusagen, die am meisten DPS aktuell einfach raushaut, muss man sagen. Es ist eine Säbelschlitzer-Skillung, war ja so, dass Mutilate hat alle Phasen dominiert eigentlich und jetzt kam sozusagen der Change und ja, Säbelschlitzer hat das Zepth übernommen und macht einfach doch mehr Schaden. Ich habe beide Skillungen getestet auch mit Verstümmeln und ich muss sagen, mit Säbelschlitzer haut man einfach mehr DPS raus und die Skillung macht auch Bock. Bock ist nicht wirklich groß, unterschiedlich zu Mutilate-Skillungen, im Endeffekt anstatt Mutilate nehmt ihr halt Säbelschlitzer, aber das zeige ich euch gleich. Aber spielt die Skillung, worauf ihr Bock habt, ihr müsst jetzt nicht diese Skillung spielen, nur weil sie die beste ist. Macht das, worauf ihr Bock habt, Mutilate ist immer noch stark, aber wie gesagt, ich will euch einfach heute das Video zeigen mit der besten DPS-Skillung, welche aktuell am meisten Schaden raushaut, aber wichtig ist, dass ihr das spielt, worauf ihr Bock habt. Jetzt gucken wir uns mal die Runen an, die sind auch sehr wichtig und zwar vor allem die Kopf-Rune ist sehr wichtig, dann müsst ihr hier diese nehmen eher unterdieben, weil die euch einfach Combo-Punkte gewährt auf dem Ziel und ja, ihr generiert dadurch eine Menge Combo-Punkte und das heißt, ihr könnt N-Venom wirklich oft, oft durchkasten einfach oder durchspammen, wie auch immer und macht mit N-Venom wirklich viel Schaden. Und ja, genau, mit Säbelschlitzer und N-Venom macht ihr dann einfach eine Tonne Schaden, also das ist wirklich krass, wie das abgeht und ihr habt fast immer 5 Combo-Punkte, aber das zeige ich euch später noch in der Rota, wie das genau abläuft. Rücken nehmt ihr Blut, Rotor, Sturm, Brust, tödliche Mischung, also das bleibt sozusagen gleich. Handgelenke nehmt ihr Massaker natürlich, weil mit Säbelschlitzer habt ihr direkt den Blutungseffekt drauf, das heißt, ihr müsst nicht mehr mit Blutung spielen oder Erdrosseln oder was auch immer oder Blut oder Sturm aktiv halten, das heißt, ihr könnt durch Säbelschlitzer, der jetzt hier kommt, bekommt ihr direkt eine Blutung drauf und ihr habt einfach 20% mehr Damage. Und wie gesagt, Säbelschlitzer ist dann jetzt die aktuell beste Skillung. Beim Gürtel nehmt ihr auf jeden Fall vergiftetes Messer, das könnt ihr alle 6 Sekunden nehmen und kostet keine Energie und ja, macht auch ordentlich Schaden. Wie gesagt, ist einfach free und das ist das Geile an dem. Beine nehmt ihr natürlich vergiften und Füße nehmt ihr Meister des hinterherrlichen Angriffs. Bei den Ringrunen nehmt ihr einfach das, was ihr habt, entweder spielt ihr mit Schwertern oder Streitkolben, also mit Säbelschlitzer könnt ihr auch mit Streitkolben spielen, Faustwaffen oder Schwertern und das nehmt ihr natürlich hier, wenn ihr mit zwei verschiedenen spielt, nehmt ihr halt die beiden zum Beispiel, ihr spielt mit Dolch und Schwert, nehmt ihr halt das oder mit Faustwaffen, bei mir ist es Schwert und deshalb nehme ich halt Naturspezialisierung dann. Kommen wir zu den Waffen, als Waffen nehmt ihr ja, entweder Schwerter, Streitkolben, Faustwaffen, keine Dolche mehr, ja, vielleicht nur noch Offhand könnt ihr Dolchen auch verwenden, aber in der Mainhand eine Waffe, Schwert, was auch immer, Streitkolben mit viel Damage und in der Offhand eine schnellere Waffe, könnt ihr auch ein Dolch nehmen, wenn es ist, ja, besser wäre natürlich ein Schwert und Mainhand könnt ihr zum Beispiel das Schwert von der nächste nehmen, welches ihr sich auch habt, was ne, ja, sehr viel Schaden macht oder einfach ein Schwert oder ein Kolben, ist völlig egal, mit viel Schaden. Und, äh, Offhand, wie gesagt, eine schnelle Waffe, da könnt ihr zum Beispiel das Shadowflame-Schwert nehmen, was ihr herstellen könnt und ihr macht keine Gifte drauf auf die Waffen, ihr habt eine tödliche Mischung, macht automatische Gifte drauf, auf eure Offhand-Waffe könnt ihr einen Elementarwertstein nehmen, was euch mehr Crit gibt, eure Mainhand lässt ihr natürlich offen für Windfairy. Kommen wir noch schnell zur Rotation, die ist an sich nicht schwer, ihr schaut einfach nur, dass ihr Zerhäckseln direkt anmacht, äh, am Anfang und das immer aktiv hält, genau das gleiche gilt für Okkultes Gift, das ist ja automatisch drauf und Säbelschlitzer, der Proc vom Säbelschlitzer sollte nicht auslaufen und ansonsten kümmert euch eigentlich nur um Envenom, also dass der Envenom-Buff aktiv bleibt und das ist alles, was ihr machen müsst. Ähm, alle 6 Sekunden nicht vergessen, vergiftetes Messer zu nehmen, das gibt euch extra Damage und einen Combo-Punkt zusätzlich und wenn ihr 5 Combo-Punkte habt, direkt einfach Envenom nehmen und ihr werdet schon sehen, mit der Skillung werdet ihr sehr, sehr viele Combo-Punkte aufbauen und das sehr, sehr schnell, das heißt einfach nur Envenom durchjagen und ihr macht wirklich eine Menge, Menge DPS damit. So Leute, das war's mit dem Video, falls ich irgendetwas vergessen habe oder ihr noch irgendwelche Fragen habt bezüglich Rogues, einfach ab in die Kommentare, ich werde es beantworten, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Wochenstart und bis zum nächsten Video.